Schönes Mäulchen verlaschen. Schau mal Discord. Ich oder Sven? Sven. Ich. Level Devil? Alter. Oh mein Gott, ich weiß, was das ist. Ich habe ein spanisches TikTok dazu gesehen. Na dann mal los. Alter, hat mich das erschreckt. Wieso ist das so laut? Ah! Das war frech. Das fängt ja super an. War das blöd. Ah! Ich habe jetzt schon kein Wack mehr da drauf. Wollt ihr, dass ich das durchspiele, oder? Ja, natürlich. Selbstredend. Alter, Werbung. Fucking Werbung für Valorant. Ich werde nicht mehr. Nein, stirbt doch nicht. Bist du dämlich? Ja. Ich sag's dir. Das Problem ist, wenn wir zusammenzocken ist, dass du nicht so sauer bist, sondern dass du so blöd bist. Haben hast du gut, äh... Fuck! Fuck! Das fragen sich deine Eltern eigentlich, wenn du so... Die wissen, dass ich streame. Also, die denken halt, ich zocke oder ich schrei Sven an. Das wissen die mittlerweile. Auch nur, dass du mich abbreist. Niemand anders. Ja, wen soll ich denn sonst anschreien? Mati etwa? Der ist ja nicht hier. Jaaa! Hä? Nichts für mich, dieses Game. Wird das Notebook aus dem Fenster fliegen? Ja. Ich glaube, ich flieg gleich aus dem Fenster. Fuck! Ihr versteht nicht. Ihr versteht nicht. Ihr versteht es nicht. Ihr versteht es nicht. Ihr versteht es nicht. Er dreht bei jedem Sprung die... Die Richtung. Die Steuerung. Oh nein! Oh nein! Oh nein! Jump'n'Run! 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 Kann ich doch... Ah! Fuck! Es war so gut. Ich war auf so nem guten Weg. Der Weg wird kein leichter sein. Dieser Weg wird gemein und hinterhältig. Oh! Alter, so lang geht es noch? Was ist das jetzt? Ah! 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 Ah ja! Moment! 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 Ah! Ah! verstehe ich jetzt nicht so ganz irgendwie wie hätte man da jetzt drauf kommen sollen wie genau also es muss ja es ist ja einfach pure schikane du kannst es ja nicht wissen was passiert ja bei manchen kannst du sie denken aber bei anderen dann explodiert hat einfach die ganze welt weiter geht's wer ist er oh weh 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 okay nochmal hierhin dann hierhin dann hierhin dann müssen wir dann gehen wir hier jetzt immer noch mal warum warum spiele ich das jetzt eigentlich also was was habe ich davon du nix aber wir können lachen gut okay flitzerig das war gut weiter geht es hat eine kreissegel ist die kreissegel nach meinem tod gerade größer geworden und nach rechts weg geflogen warte moment ja sie geht in die richtung wo ich bin der kleine hat den gesehen habt ihr gesehen ja ja noch vier level bitte wieso bin ich nach rechts geflogen wieso bin ich nach rechts geflogen was ist das okay ich darf nicht nochmal springen habt ihr das gesehen jetzt geht's ab seht ihr das level seht ihr es jetzt kracht danke danke ja nein es geht weiter ja tschuldigung da hätt man sich denken können ich bin dumm Ich glaube, bald haben wir es. Ja! Ah! Ja, Logo. Ich kann halt auch echt nicht drüber springen, muss ich sagen. Ich bin ja aber einfach nicht so schnell. Was soll ich denn tun? Was soll ich denn tun? Logo. Zehner, dass das Game ist? Zehner, dass das Game ist? Nein, das ist das Ende? Das ist das Ende? Ich darf nicht in die Freiheit? Ich darf nicht in die Freiheit? Oh, das ist ja belastend.